Das ist mit der Polizei jetzt gesprochen und mit der Ordnungsbehörde. Unsere Argumente werden nicht gehört. Ich bitte euch heute um eines, und das habe ich schon mehrfach getan. Bleibt schlichtweg friedlich. Bleibt friedlich. Und ich halte diese Auflösung für grob rechtswidrig. Und zwar grob rechtswidrig. Ich habe die Akten eines dieser ersten Achte in Berlin gesehen. Das war genau das Gleiche, das ist auch hier wieder so. Wir werden im Zweifel gegen jeden Einzelnen, der es durchsetzt, rechte Schritte einleiten. Wir müssen jetzt auch nicht abschließend schon sagen, wir machen jetzt nur ein paar Ausführungen. Wir haben das jetzt durchgesagt. Die Polizei ist jetzt der Ansicht, dass es aufgelöst wird. Beziehungsweise sie haben es aufgelöst. Die weiteren Schritte werden wir jetzt abhauen. Wir verlassen jetzt einfach mal die Bühne und gucken, was passiert. Reifflüchtig. Wir, wir, wir! Ja, 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 ja.